Musik Herzlich willkommen zum HiFi Forum Video Podcast. Diesmal wollen wir Ihnen eine echte Wohnoase vorstellen. Wir haben das Projekt Wohnoase getauft, weil es wirklich ein Objekt ist, in das man sich einfach nur verlieben kann. Das geht schon bei der tollen Couch los. Das geht über die Einrichtung, die mit Holz und unglaublich schönen Farben realisiert worden ist, hin bis zu einem ganz tollen Badbereich, in dem wir natürlich auch auditiv unterwegs sind und waren. Ja, fangen wir im Wohnzimmer an. Hier haben wir ein Lautsprechersystem verbaut, der Firma Triad. Triad ist ja ein amerikanischer Lautsprecherspezialist, kommt eigentlich aus dem TRX-Heimkino-Bau-Bereich, war einer der ersten TRX-Hersteller, TRX-zertifizierten Hersteller, muss man genauer sagen, der Welt. Und wir haben hier von Triad sozusagen die zweite Liga verbaut, nämlich drei Lautsprecher im Front, unsichtbar verbaut hinter Stoff, nämlich den Lautsprecher Silver 6. Also drei Monitore, einen rechts, einen für links, einen in der Mitte für den Center-Bereich. Im hinteren Bereich haben wir zwei Surround-Lautsprecher verbaut, und zwar in zwei Sofatischen. Also wir hatten keine Möglichkeit, hinten an die Wand zu gehen oder in die Decke zu gehen. Es war auch nicht gewünscht, dass es optisch eben sichtbar ist. Und dann haben wir hier so ein bisschen getrickst und haben zwei Sofatische quasi kreiert, wo dann von oben die Lautsprecher eingebaut worden sind. Und wir arbeiten hier mit dem Reflektivschall, der quasi nach hinten gegen die Rückwand reflektiert wird und damit den rückwärtigen Schallanteil sozusagen in den Raum hineinwirft. Als Subwoofer haben wir gleich zwei Subwoofer integriert, nämlich zwei Triad-Flach-Subwoofer. Inwall Bronze 6-Sub heißen die guten Stücke. Das Tolle ist, dass diese Subwoofer ganz, ganz flach bauen. Man verliert also kaum Höhe. Die sind gerade mal so zehn Zentimeter etwa hoch. Und die Lautsprecher werden dann in einem Einbaurahmen hineingelegt. Und der Lautsprecher selber strahlt dann nach unten ab, sodass wir über einen kleinen Schlitz praktisch unsichtbar in der Bodenleiste den Schallaustritt haben für die beiden Lautsprecher. Also Sie sehen, rein konstruktiv, eine ziemlich ausgefuchste Lautsprecherlösung, die wir integriert haben. Dafür wirkt das Ganze natürlich entsprechend schlüssig und sehr, sehr, sehr homogen. Als AV-Receiver ist ein Ansem MRX 740 im Einsatz. Ansem verfügt ja über eines der besten aktuellen Einmesssysteme, eben das Ansem Room Correction, das wir unglaublich gerne verwenden, weil es auch audiophil sehr, sehr, sehr klangstark ist als System. Die Zuspieler zur Anlage sind dann ein Sonos-Port und ein Apple 4K TV. Die Steuerung des Systems übernimmt ein RTI-Control-System, bestehend aus einem Controller, ein sogenannter XP6-Controller von RTI. Also dieser Controller ist sozusagen ein Funkempfänger, der die Funksignale der RTI-Fernbedienung, in dem Fall eine T1B, mit einer schönen Ladeschale, die entsprechend am Tisch platziert ist. Und der empfängt diese Signale praktisch per Funk, sodass uns auch wirklich kein Steuerungssignal verloren geht. Und der Controller hat dann praktisch über IP oder direkt RS-232 die verschiedenen Komponenten des Systems im Griff. Das Witzige dabei ist, dass der Verstärker ja im Nebenraum steht, in einem eigenen Board, in einem eigenen Möbel. Und dadurch, dass wir eben eine Funkstrecke haben von der Fernbedienung in das Board, im Nebenraum oder im Vorraum, haben wir hier die ganz große Flexibilität im System, dass wir Anlage und Raum sozusagen voneinander trennen können, aber trotzdem komplette Bedienbarkeit gewährleistet haben. Der Fernseher im System, Just By The Way, ist übrigens ein Sony VWD 65A9 GT, also ein Topmodell von Sony OLED 4K Fernseher allererster Garnitur. Natürlich haben wir den ein bisschen kalibriert, sodass er auch wirklich sein volles Vermögen zur Verfügung stellen kann. Zwei weitere Besonderheiten des Systems ist das Beschallungssystem. Zum einen haben wir in der Küche einen kleinen Sonos-Amp im Einsatz, der also auch in dem Sideboard am Eingang des Hauses platziert ist, da wo eben die Elektronik sich befindet. Und in der Decke sind zwei Triad, In-Sealing, Bronze, Open Round, zwei Deckeneinbau-Lautsprecher montiert, sodass auch im Küchenbereich für guten Klang gesorgt ist. Die gleichen Lautsprecher befinden sich auch im Bad, im Obergeschoss. Auch hier befindet sich der Verstärker im Technikmöbel, im Erdgeschoss und der versorgt auch die Lautsprecher im Badbereich. Aus Bad und Küche kann das System selbstverständlich mit einer App über das Handy oder ein iPad gesteuert werden. Das Projekt WONOASE hat das HIFI-Forum übrigens in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit seinem Möbelpartner Bretteinrichtung aus Lauf kreiert. Bretteinrichtung zeichnet für den kompletten Möbelausbau und natürlich auch die Möbeldetailplanung verantwortlich. Und das HIFI-Forum hat entsprechend die AV-Komponenten zugeliefert, eingebaut und natürlich auch in der Planung zugearbeitet. Ja, Sie sehen, ich denke, eine wirklich gelungene Gesamtinstallation, mit der es sich wirklich hervorragend leben lässt und die dem Namen des Projekts WONOASE alle Ehre macht. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns Ihre persönliche WONOASE realisieren wollen. Melden Sie sich im HIFI-Forum, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf unser nächstes gemeinsames Projekt. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.